Guten Morgen, ich bin Johanna und mache hier meine Ausbildung zur Industriekaufbau bei der Insebau Chemie. Ich bin inzwischen im dritten Lehrjahr und nehme euch heute mit einen Tag in den Einkauf. Kommt mit! Also hier kommen wir jetzt zur Abteilung Einkauf. Guten Morgen! Und hier kommen wir dann zu meinem Sitzplatz. Gegenüber sitze meine Kollegin und hier können wir den Tag starten. Hier im Einkauf ist der Purpark, die Handelswaren und die Betriebsmittel angesiedelt und natürlich auch das Materialmanagement, in dem ich bei den Embalagen und Bürostoffen unterstütze. Wir haben jetzt hier noch eine Tagespreisanfrage offen, wo uns noch ein Preis fehlt. Da konnte ich mir jetzt im System alle Informationen des Lieferantens raussuchen und kann jetzt nun dort anrufen und nachfragen. MC Bauschemie, Strangemann hier. Hallo! Wir hatten heute Morgen eine Anfrage geschickt. Ja, genau. Da wollte ich einmal nachfragen, ob sie mir schon einen Preis senden können. Ich habe gerade mit dem Lieferanten telefoniert und eine Preisanfrage gemacht. Da warte ich jetzt noch auf das Angebot und wenn das dann da ist, kann man das mit den anderen Angeboten vergleichen und eine Entscheidung treffen. Während meiner Ausbildung konnte ich viele verschiedene Abteilungen kennenlernen und mir so ein eigenes Netzwerk aufbauen. Ich bin in der Produktionsplanung angefangen, habe die beiden Vertriebsabteilungen kennengelernt, war im Export, im Marketing, in der Buchhaltung und in der Logistik und bin jetzt in meiner Abschlussabteilung im Einkauf eingesetzt. Ich habe mich für die MC entschieden, weil es mir wichtig war, in einem international tätigen Unternehmen zu arbeiten und weil ich einfach während des ganzen Bewerbungsprozesses, in den Tests und in den beiden Gesprächen ein gutes Bauchgefühl hatte, sodass ich mich letztendlich hierfür entschieden habe und die Entscheidung bis heute nicht bereut habe. Jetzt ist auch schon Zeit für die Mittagspause, die verbringe ich heute mit zwei anderen Auszubildenden und da können wir auch direkt in die Küche fliegen. Guten! Guten! Jetzt geht es zur Teambesprechung. Jetzt müssen wir natürlich auch noch die Post holen. Mein persönliches Highlight während der Ausbildung war der sechswöchige Auslandsaufenthalt in einer Niederlassung in Irland. Da konnte ich jede Menge Erfahrung sammeln und viel von der Insel sehen. Ich habe auch von einer Auszubildenden, die hier meine Freundin geworden ist, ein Kuscheltier-Lama geschenkt bekommen und musste mit dem an verschiedenen Orten Fotos machen. Alles klar, tschüss! So, ich mache jetzt Feierabend. Es hat mich gefreut, dass ich euch einen Tag mitnehmen konnte und euch ein bisschen was zeigen konnte. Vielleicht bis bald! Tschüss!